Das ist Tom. Tom ist Werbetechniker. Aber Tom ist auch einer von über 250 Werbelandpartnern. Und deswegen kann Tom sich über viele Dinge freuen. Er kann bei namhaften Lieferanten zu Sonderkonditionen einkaufen und sich aus dem cleveren Marketing-Baukasten bedienen. Da gibt es zum Beispiel die monatliche Direct-Mailing-Aktion. Die bringt Tom immer wieder in die Köpfe seiner Kunden. Oder die Werbeland-Sortimentsbroschüre mit Toms Logo drauf. Cool, oder? Richtig gut findet Tom das Webangebot von Werbeland. Der Online-Booster sorgt für eine top aktuelle Internetpräsenz. Und bei Google steht Tom in seiner Region immer ganz oben. Tom ist froh darüber, ein Werbelandpartner zu sein. Dadurch bekommt er Zugang zu einem starken Netzwerk. Wenn er möchte, kann er Aufträge von anderen Werbelandpartnern annehmen. Seitdem Tom Partner ist, wird er viel öfter beauftragt. Bei all dem ist Tom Tom geblieben und lebt den Werbeland-Grundsatz. Nichts muss, alles kann. Mach's wie Tom. Komm zu Werbeland.